Oh, jetzt kriegt... Weil er nie die... Oh, jetzt kriegt... Weil er nie die Knöpfe... Hey, da musst du schon! Schön stehen! Oh, Mann! Schade! Julia, pass auf! Ein, ein, vorne! Richtig so! Oh! 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 Schade! Und rein! Alles helfen! Schade! Und der Mermit! Oh! 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 Interen Gegenspieler, Julian. Das muss gleich unser sein. Schade, Timo. Gut, Timo. Gut, Timo. Es steht immer noch 4 zu 2. Tor. Timo hat man nicht angelogen den Ball. Gut. Timo hat man nicht angengew Почему bei... Timo hat man nicht angeschoben den Ball. Guck mal an den Ball. Timo hat man nie angeschoben den Ball. Nachsetzen! Schön Bene! Ja was denn? Guck mal! Oha! Papa! Guck mal, ich hab gar nichts drauf! Sehr gut! Oh! Jetzt bleibt mal dran! Weiter, weiter! Der Neuner kommt, der Neuner! Ein langer Semmi! Der Neuner! Oh! Ja! Yes! Ich hab gesagt, Martin, mal nach vorne! Ein zweites Tor für den TSC! Machete! Oh Mann, ey! Zweiten Fass! Auf und! Oh, das gibt's dir! Ja! Komm weiter, Jungs! Schöne Pflanze! Schöne Pflanze! Schöne Pflanze! Schöne Pflanze! Mann, 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 ey! Mann, 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 ey! Ja! Oh! Und Kevin! Oh! Oh! Ich glaub, da bin ich übrigens so auf der Kamera drauf! Meine Lieblingszahl! Ja! 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 Toreschießen kann so einfach sein! Ja! Ja! Ein Mann! Komm, Hakan! Jawoll! Oh! Martin fasst ein Doppelkampf, Alter. Ich raste da aus. Wir sind auch nicht dran. Wir sind auch nicht dran. Rechts! Ja! Nachsitzen! Ja, verdammt! So ein Wackeltor kriegen. Eine halbe Stunde. Ui! 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 Jetzt rein, Kevin! Komm mal ganz wieder runter machen. Jungs, die Mitte auf! Ne, ich soll jetzt mal filmen. Schönes Ding, David! Schönes Ding, Jungs! Hallo, Jule! Komm weiter so, Jule! Das sieht sehr gut aus! Oh, die Sonneblende, den trifft er nicht. Hab ich drauf, die Glanzparade. Klasse, David, komm! David, nicht zu schnell nach vorne. Guck mal, jetzt quer, jetzt quer! Schönes Ding! Ja! Oh, nochmal! Wirst du aussteigen? 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 Und drinne! Yeah! Komm her! Komm her! Laserdonnie ist wieder da! David ist immer noch! David ist immer noch! Auch Foul! Oh, das ist ein mieses Foul, immer der gleiche! Alles ok, Kevin! Das ist schon mal da drüben manchmal doch! Woah! Ja, ich weiß! Lass sie doch! Was war diese Alte? Die hat auch blöde Sprüche gemacht, dass wir Geld eingesammelt haben! Was?! Wie geht das denn?! Chiri! Chiri, abseits gepfiffen! Ganz... Wie kann der denn? War der denn im Tor? Nein, abseits! Ist doch kein Tor, Mensch! Ja, aber das ist doch kein Foul von Kevin gewesen! Nee! Das ist unser gewesen, wer wäre das ein geiler Pass gewesen? Thomas! Nicht mit Thomas Wilke! Thomas Verhunkel Wilke! Du hast auch einen Ruf als Handballer! Und ab, Junge! Zack und dran vorbei! Wieder nur eine Klang! Und jetzt in der Mitte! Oh, schönes Ding! Oh! Oh! Schade David! Gut gespielt, Kevin! Pille, du musst reinrücken! 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 Genau der Mann, den er dicht machen muss! Lange Reise, nächste Runde TSC! Hey! Hey! Lange Reise, nächste Runde TSC! Hey! 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 Lange Reise, nächste Runde TSC! Lange Reise, nächste Runde, lange Reise, nächste Runde TSC! Hey! Lange Reise, nächste Runde TSC! Vielen Dank.